Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute mal wieder eine Zeitschrift und zwar stelle ich euch heute die Glamour vor. Das ist jetzt die Glamour Februar. Da haben wir hier einmal noch so einen Gutschein und noch ganz viele Prospekte sind auch drin. Auf dem Cover ist Kira Knightley. Ich habe, um ehrlich zu sein, noch nicht die Zeitschrift gelesen, aber ich kann euch so im Großen und Ganzen immer sagen, um was es geht. Am Anfang ist es immer so, was ist so auf einem Street-Style-Trend. Dann ein Make-up-Look des Monats. Und halt einfach, was ist Street-Style. Dann gibt es immer dieses Schlau in 60 Sekunden oder ist es okay? Da lernt man auch richtig viel, finde ich. Da sind manchmal echt gute Fragen drin. Dann hier ist Hansi, den Traumjob. Dann hier Willkommen im Schlaf. Das ist immer so ein gut zu wissen Abteil. Dann Neidisch sein. Oder hier Promis, wir glauben an Magie. Emma Stone und Ryan Gosling im Interview. Warum ist Coden cool? Welche Sprache soll ich lernen? Dann hier Männer in Not. Oder hier Leidenschaft. Hier Frühling Willkommen. Das ist halt eher so ein Modeding. So eine Modestrecke. Kommt ganz viel Mode. Und hier ist dann immer so Fotostrecken drin. Und dann natürlich wieder Mode. Was es denn alles so gibt Neues. Dann hier die Hotlist. Das ist immer so, wer ist der Promi. Bücher, TV, Musik, Film. Was es so jetzt Neues gibt. Was ist cool. Kunst. Nochmal Film. Das ist immer so ein kleines 5-Minuten-Interview mit einem Promi. Dann bekommen wir zu Glamour Beauty. Da geht es natürlich dann immer um die neuesten Beauty-Trends. Die neuen Beauty-Dinger. Das fängt meistens immer gleich an mit einer Beauty-Strecke. Hier ist es jetzt Wimpernschlagkraft. Davon lasse ich mich auch oft für meine Beauty-Bios inspirieren. Dann gibt es immer von einer Glamour-Mitarbeiterin ihre Favoriten. Dann bunte Gesellschaft. Warum Haare-Bund-Färben jetzt Trend ist. Schön auf Knopfdruck. Welche Gadget gibt es denn für Beauty? Und was sie denn können. Dann hier Glamour Haar-Studio. Was es so Neues gibt. Produkte. Haartrends. Dann hier ab in die Wanne. Dann wieder so Produkte. Hier nochmal ein Beauty-Report. Da gibt es immer so die neuesten Beauty-Sachen. Was es jetzt ganz neu gibt. Was total Trend ist. Dann wählen sie jetzt. Dann gibt es wieder die Glammys. Da kann man wählen, was denn die Lieblingsprodukte sind. Allerdings kenne ich da meistens nur welche. Deswegen mache ich da nur mit. Weil ich da auch nicht so mit Chanel und Sophie zu tun habe. Dann Detox Your Life. Ist dann wieder so ein Lifestyle-Reportage. Was man da machen kann. Das ist immer echt ganz gut. Weil man auch viel lernt über Gesundheit. Ist immer noch Detox. Und dann hier suche Mann mit Gerät. Das ist jetzt Liebe. Also so mit Dating und allem Möglichen, was man beachten soll. Und ja. Dann morgen weiß noch nicht, wie ich mich da fühle. Das ist auch eine Meinung. Das ist auch von einer Reporterin von Glamour. Das ist auch immer ganz lustig, wenn man halt ein paar Erfahrungen sammelt. Dann hier Reise. Glitzer, Knirsch, Schau, ein Steinbock. Da geht es halt jetzt über Skifahren und über die Berge. Dann natürlich gibt es auch ein Glamour-Horoskop. Und auch noch so ganz viele Klamotten-Seiten. Hier ist dann immer so, wenn Glamour irgendwas veranstaltet hat. Do's und Don'ts. Was die Promis so machen. Und dann gibt es hinten immer so neun oder zehn Dinge. Hier ist es zum Beispiel neun Verschwörungstheorien, die uns gefehlt haben. Und ja, ich finde, die ist halt sehr umfangreich. Es ist halt nicht nur eine Fashion-Zeitschrift oder eine Beauty-Zeitschrift, sondern es ist halt alles. Man hat Meinung drin. Man hat die neuesten News drin. Über die Beauty-Fashion-Welt. Man hat viel über den Lifestyle, gesunde Leben. Viel Sport ist auch manchmal drin. Man hat auch oft Kochen drin. Reisen hat man immer drin. Mal irgendwo hinreisen, was so schön ist. Dann haben wir natürlich auch immer eine Meinung. Da schreibt dann eine einfach über ein Thema, was sie davon hält. Und dann gibt es auch immer Liebe. So, sind Dating-Apps gut? Wie mache ich das beim ersten Date? Und dann gibt es so Kolumnen, auch die dann über jede Zeitschrift sich hinzieht. Das ist da eine, die dann zwölf Zeitschriften schreibt. Also zwölfmal so ne Kolumnen mehr schreibt. Und dann gibt es auch immer Promi-Interviews. Und auch viel über Beauty. Und ja, es ist halt so eine Zeitschrift, die man halt wirklich als Frau lesen kann. Wo man auch was lernt. Nicht nur Fashion-Beauty, so wie die Vogue. Wo es nur um Fashion geht. Sondern es ist halt so ein Allround-Paket. Und man lernt halt auch viel. Weil da viele Themen angesprochen werden, die gerade zur Zeit sind. Und man muss noch aufpassen, weil die gibt es immer ab 10. des Monats für den nächsten Monat. Das heißt, wenn ihr jetzt da seid, müsst ihr gleich die März kaufen. Weil ab 10. März gibt es nämlich schon die April-Ausgabe. Aber wie gesagt, da ich euch ja die Zeitschriften vorstelle, gibt es ja auch immer eine Verlosung. Und zwar verlose ich diese Zeitschrift an einen von euch. Also ja, ich werde es dann nächsten Dienstag bekannt geben. Ja. Mit den Gutscheinen natürlich. Mit dem einen drin. Ich werde den wahrscheinlich nur knicken. Dass ich das mitschicken kann. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, gebt die mir einen Daumen hoch. Und wir sehen uns dann morgen zu einem neuen Video. Und zwar geht es morgen über eine andere Box. Beauty-Box. Und zwar habe ich die Sunny-Care-Box mir bestellt. Und die stelle ich euch vor. Tschüss! Tschüss!